Ins Theater, in die Oper, ins Varieté, das sind ja auch alles Dinge, die man eher abends macht. Aber warum nicht auch in der Mittagspause mal ein bisschen Kultur genießen, so um 12.12 Uhr zum Beispiel. Das Kubus Lunch Konzert, das ist genauso ein Projekt, das das ermöglicht. Es ist in der städtischen Galerie Kubus und es gibt für kleinen Eintritt ein Brötchen und Kultur. Und was da heute los war, das weiß Erik Fischer. Achtmal im Jahr kann man im Kubus in Hannover diese Lunch Konzerte besuchen. Sie bestehen immer aus einem etwa halbstündigen Konzert und einer Kunstausstellung im selben Raum. Und einem belegten Brötchen für jeden zahlenden Gast. Inzwischen hat sich das ganz gut etabliert, es wird sehr gut angenommen, es wird toll besucht und die Atmosphäre ist fantastisch. Wir wollten also Lunch Konzerte machen und in diesen Lunch Konzerten sollen sich die Leute auch miteinander unterhalten. Es soll auch ein quasi kommunikatives Erlebnis sein. Jedes Konzert beginnt um 12.12 Uhr. Eine einprägsame Uhrzeit. Außerdem fällt sie genau in die Mittagszeit. Denn eigentlich sind die Lunch Konzerte so konzipiert, dass man sie während der Mittagspause besuchen soll. Leider sind die Arbeitspausen bei vielen Arbeitnehmern zu knapp angelegt. Bedauerlicherweise haben auch viele Firmen Pausen, die nicht so lang sind, dass man in diese Konzerte gehen kann. Wir hoffen, dass sich das weiter rumspricht und vielleicht auch da noch eine gewisse Flexibilisierung einsetzt. Denn diese Idee ist fantastisch und sie wird in vielen großen Städten weltweit auch ausgeübt. Trotzdem ist der Raum so voll, dass man noch Klappstühle für die späten Gäste holen musste. Sowohl die Musiker als auch die Ausstellung wechseln bei jedem Konzert. Heute tritt ein Trio des jungen Schlagzeugensembles Hannover auf. Das Konzert dient auch dazu, dass junge Musiker Erfahrung sammeln können. Wir wollen unseren Musikern die Möglichkeit geben, auch einmal in kleinen Besetzungen aufzutreten und dort mit bestimmten Werken hervorzutreten und auch Spielpraxis zu bekommen in ihrem Studium oder im Beruf. Trotz Brötchen und Ausstellung geht es dann ja doch vor allem um die Musik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017